Herzlich Willkommen es ist mal wieder an der Zeit für eine Runde Modern Warfare 2 heute auf Scrapyard mit dem Team Toast Brot und dem Andi von TheFreeGamingTV. Servus! Ich nehme auf, weil wir heute mal gedacht haben, wir zeigen ein bisschen Scale. Richtig, die letzten Aufnahmen waren nicht unbedingt mit. Also ihr seht, wir spielen Scrapyard. Ich und Thomas gegen Felix und Andi. Der eine hat mich gesehen. Der eine ist da oben, ich weiß es, aber ich will mich nicht schießen, damit er weiß, wo ich bin. Wir haben die Runde. Neben dir. Runde 1 geholt. Jetzt schon wieder große Klappe. Wieder mit der Dreischuss-UMP. USP. USP. Alles das selbe. Habe ich UMP gesagt? Okay. Einer im Flugzeug. Pass auf. Einer tot. Ja, ich weiß, ich hätte SP. Puh. Puh. Edi Sniped irgendwo. Alter, hat der mir jetzt reingerollt. Der lag da schon an seinem Eliminator. Das ist einfach absolut ein Swag Perk. Das braucht einfach ein Mensch. Die Flash-Berat, es ist mir nicht mal aufgefallen, dass das Spiel verboten wird. Die hat, die haben die Spiel verboten gehört. Das ist ja weh, die vielleicht spielst du einfach so ein Scheiß gehört. Das ist schon wieder so eine Freie, dass du da den Kill bekommst. Ich habe ungefähr ihm 100% Schaden gemacht. Weil die Flash-Granate, die war einfach gefährlich. Einer im Flugzeug. Ich habe da mal eine Nade reingeworfen. Eieiei, stark unter Beschuss. Sag mal an. Da-da-da-da-da-da. Ah. Fuck, ähm. Da bei diesem Häuschen. Okay, der war da in diesem Flugzeug-Dings drin. Da ist er doch. Schade. Spannung. Die Spannung steigt. Es ist so quiet. Wie die Spion in den Janna? Ja. Andi auch. Du spielst mit einem Perk ohne Sturzschaden. Oh cool, dann kann ich weit messern. Richtig. Das heißt, der Andi ist fällig. Die Zeit wird knapp. Ja, der muss vor allem irgendwo platzieren. Das ist richtig. Ich tippe auf B. Ich nicht. Nicht? Okay, dann schau mal bei A nach. Ich tippe auf B. Ach, fuck. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich... Also, ich hab dich voll gesehen. Schön finde ich, denn sag mir doch, wo ist... Es sitzt da einfach ganz still und sagt nicht, oh, und dann, oh, ich hab dich voll gesehen. Ja, ich dachte, so was sieht man. Ja, natürlich. Du hast ja gesehen, wie ich gezielt hab dahin. Ich kann mich hier grad nicht für eine Waffe entscheiden. Die ist schon echt nurig. Ähm... B-Halle. Einer. Hinten oder vorne? Also sprich... Von unserem Spawn aus gesehen hinten. Der ist... Ähm... Von dem vor... Der ist da rechts. Das war übrigens Andi. Das war Andi? Bei dem... Wenn du, ähm... Richtung B, halt, du läufst von B Spot aus, ist der rechts. Okay. Wo hast du denn hingeschossen? Da war Philly. Nice. Da unten. Was? Zum Teufel, der ist da in der Mitte. reingeklettert, in der Mitte, da, bei, bei diesem querstehenden Ding. Ich möchte mal anmerken, da wo du da drin guckst, also... Dieser Semtech-Skill war Premium. Oh fuck. Den hab ich auch deswegen aufgenommen. Okay, das wird auch nicht gewassert. Aber das ist doch schade, da hab ich... Deine Leiche grad für einen... ...liegenden Gehalt. Weißt du, die TAR 21 mit Rotor, du einfach so beschissen aus? Ist der der Wahnsinn? Ausgleich, würd ich mal sagen, 3-3 und 2-2 jeweils. Das Ziel zerstören. Ja. Wir haben die Bombe. Meintlich Aufklärungsdruck, der uns droht nicht. Oh, das ist gar nicht gut. Wie stirbst du nicht? Hehehe. Das ist der einzige übrig. Äh, Fili auf seinem Standort-Snipe-Sport grad eben. Wo war das denn? Ich hab keine Ahnung. Das hätte blöde können. Wie sehen die können? Ist die Drohne noch da? Ich glaube nicht. Die halten 30 Sekunden. Und da hat grad jemand ne Claimor geplantet. Ja, geplantet. Alter, bin ich geflasht. Alter. Oma steht da. Wo bin ich, Andi? Wo? Jetzt kommen sie von beiden Seiten. Verblöd. Das ist auch nicht die richtige Waffe. Ich wär gestorben. Ja, da kam dann auch noch Fili. Und dann hab ich mich irgendwie für einen entscheidend. Wir beide haben sich mit der UMP geschossen. Äh, USP. USP, mancher. Spiel sie ja, wie ihr seht, mit Aufsatz Pro in der Pro Edition. So viel Pro gleich. Puh, alter, Krieg, Schaden. Von wo? Du bist ein Drecksack. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Claimor noch da ist. Ich glaube nicht. Nein, die ist auch weg. Also. Ob ich denn da nicht raus, Alter. Ob ich denn da nicht raus? Oh, Fili. Ja, ich wollte ihn schön quickstore, kompetent tour. Oh, sein Lutsch ist ein Lutsch ist ein Lutsch. Ja, der spielt bestimmt ein Marathon, weil er so schnell vorbei war. Ah, weil sie wieder mit der UMP. Naja. 0815 Waffe. Ah, also. Schau mal, welcher Level ich gerade bin. Ähm, 19. Welcher Level? Ja, 19. Da hast du zumindest mal schon die zum Beispiel M4-1. Da hast du gehabt ein Level 1. Ja, aber auf die komme ich nicht so gut. Klar, muss ich sagen. Geflasht Flugzeug-Mitte. Was? Lol, ich wurde von der Seite getroffen. Ich weiß aber nicht genau, von wo. Alter, ihr wollt mich besser schauen. Was zum Teufel? Du standest da auf einmal. Hab ja umgedreht. Hey, Andi spielt dieselbe Klasse wie ich. Trittbrettfahrer. Nein. Ja, weil ich von meinem Teammate die Klassen... Das war ein sogenanntes... Nein, Andi, wieso drückst du denn? Tu nicht. Dass wir das mal erzählen. Weil ich nicht so schnell bin, wie du. Okay, das war natürlich auch scheiße. Ich hätte auch drücken sollen. Aber ich wollte den Heli geben. Jetzt wäre eh mal eine Nate gekommen, da wärst du da. Wollte ich wissen, dass du da unten stehst, Alter. Also, Schmidi. Jetzt wäre immer eine Nate gekommen. Ja, kann nicht. Ey, warum hat er meine Klasse nicht gewechselt? Wenn der dich nicht mag. Der Cam den Deckel, ich packe es nicht. Ich hab dich hier durch dieses... Der ist rechts zersträngt auf dem... Nein, rechts, hinter dir, hinter dir. Der ist ganz hinten. Ganz hinten bei sich. Moment, ich verifiziere das. Der ist jetzt hier bei mir auf dem... Aua. So, du bist doch... Boah, bin ich schlecht. Hey, du snippst es auch, Thomas. Das geht auch nicht. Ja, hab grad gesnippt, aber. Ich steig jetzt auf die P90 Akimbo mit Schalldämpfer. Äh, Schnellfeuer und... Ich hab dich auch, Thomas. Jo. Ich hätt' mich auch am Schliessel. Absolut weg. Das ist schon echt richtig, nur wie ich was ich hier schmierde. Das ist so scherz. Ach, da wollte ich... Ähm, der ist zwischen den beiden Tankern durchgekommen. Du spielst die Akimbo... Schnellfeuer oder was? So wie Thomas. Ach, du Scheiße. Ich hab' auch mal... Ich hab' endlich auch mal... Ich hab' endlich auch mal wieder einen Kill gemacht, oder so nicht. Das ist gut. Scherz. Ah, spielt der eiskalt der Rund. Ah, damit weiß ich schon mal, dass er nicht Feuerkraft spielt. Neut' ich. Was sind die denn? Wo ist der? Ich bin schon tot. Ach, komm mal, Andi, du stinkst doch. Du warst nur mit dem Linken geschossen. Ja, geil, das ist geil. Ja klar, die rechte Waffe Notfälle. Das ist ein Scherz. Ich war schon, ich war, ich war 100 Meter weit weg. Mann. Gut gemacht, Team. Da ist der schon durchgerusht, der Andi. Oh, war so schnell, da gab es noch nicht mehr eine Kill, Kehr. Ähm. Die haben sich gedacht, das war einfach nur weg. Ah ja, genau. Einer bei B. Das ist ein Scherz. Da will ich sehen, wie du da drauf warst. Ich war voll drauf. Oh, du warst sogar drauf. Thomas ist da oben am Snippen, das warst du schon? Nein, weiß er nicht. Ach, genau. Der ist geflasht. Ja, bestimmt. Mit der Akimbo wirst du ihn holen, ne? Okay. Danke. Er ist wieder runtergehupft. Ach, einer ist runtergehupft. Schmiedi war auch noch geil. Bitte, bitte. Da war auch rechte. Ich hab heute die letzte... Moment, ich zeig heute einfach den Zuschauern mal. Jede Klasse noch ist im Spiel. Ach, warte. Das ist ja schon die letzte Runde, oder? Jo. Kannst du ja plötzlich heraushauen. Ja, ganz so nobel hab ich's auch nicht. Doch, einer. Alter. Ach, das ist doch nicht wahr. Ah, cool. Jetzt den letzten macht man seinen Textkill, oder? Ist der da irgendwo. Oh, ja. Ich seh das. Kerl, liegt neben Kammelstabler. Wie ich da drauf war... Oh man, das ist schon wieder ein schlechter Scherz, das Ganze. Uiuiuiui. Ich warte. Jetzt wär ich von der Seite gekommen. Und... Genau. Da hab ich den Slumi gemacht. Ja, das war's. Ob ich mich gar nicht bis zwölf, da hab ich mich falsch eingestellt. Hab ich mich falsch eingestellt. Aber wir waren natürlich besser als das Gegnerteam. Ist auch keine Kunst bei den Bobbys. Ja. Bis zum nächsten Mal. Servus. Auf Wiedersehen.